hallo und herzlich willkommen zu rust und fleisch aber guten tag hast du erzählt haben? warte nicht, komm wieder rein. nein du solltest noch die pistole nehmen. ich bist trolle pistole. ich hab so eine mp gemacht hier noch schnell. ach warte eine mp, eine mp. komm mal rein hier. ne schnelle mp, weißt du? rutsch, rutsch. gehen wir direkt bewaffnet raus? natürlich. rutsch, rutsch, rutsch. hast du 20 Schuss auch genommen? koffe. ja. was hast du vor? wollen wir da noch mal lang, wo wir gerade geradelt wohnen quasi? geh noch mal auf airfield. na mach mal. who cares that shit? ich hab die linke seite im auge. ja du hast die rechte im auge. okay, machen wir so. ja man kann es ja nicht umgucken, oder? mit alt? doch geht. ah warte mal. bruschett hier. ja. oh gott, bär. der geht da in die hülle oder was? doch nichts. der will ja nicht in die hülle. der, der backt da hoch. nee, das ist ein bärensprung. was war das? ich hab irgendwas erschüttert noch gehabt hier. was ist das? ne hose. nice. schön. sieht nicht schick aus? sag ja. ja. nee, ja. auf jeden fall. nee. wie hast du mich ernannt? nee. leichtsinnig. wieso leichtsinnig? ich würde sagen, wir bleiben zusammen, ne? ja, 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 ja. auf jeden fall. boah, ich hab mich so viel wie möglich zu bewegen. ok. ah shit, ist so radioaktiv. ok. ich hab dich jetzt nicht gedacht. kostet eigentlich so ein negatives zeug. ich hab ja von hinein gefunden. ah. glaub ich da unten stehen. clothing. ah, den kannst du nicht bauen. ne, ich hatte mal einen in der kiste gefunden. wobei der halt, der gute loot ist glaube ich nur in den kisten. die man öffnen kann, oder? ne, diese holzkisten, sag wir mal. ja. und diese lilanen. die sind noch zu viel steine. wieso nicht uninteressant hier drüben. das kommt ja von über wasser, ne? mhm, mhm. bin ich angespannt irgendwie. warte. muss gleich nochmal eine Runde arvorium zocken, wenn ich runterkomme. ok. den anderen nehme ich auch schnell noch. mhm. bist du bei mir? ja, ich stehe auf dem felsen und scoute die umgebung. mit meinem turi hut. äh, minja? gut. da war jemand. da ist jemand. kann ich nicht sagen wo, aber... auf jeden fall. auf den Pfeil abgefangen. ok. gehen wir noch in Richtung Norden. hier schnell nochmal ein bisschen Holz für Pfeile. vielleicht soll ich es nicht so machen, aber ich mache es jetzt trotzdem. too hot. ES trump. bitte. tss.... tss.... tss 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 psh tss Das ist bescheuert, oder? Ich hab nur, das ist so ähnlich wie in die Kuh, Mut, weißt du? Dann machst du dir ja auch nach. Also, theoretisch. Guck mal, da haben die extra auch so eine Wand hingebaut. Die haben uns doch hier weggezogen, oder? War hier. Könnt ihr mal auf den Felsen hochgehen? Und dann haben die extra hier so eine Wand hingestellt. Als du zurückgeschossen hast, irgendwie. Mal eben für tausend. Deckels. Achso, als ich geschossen hab, um die Wand gesetzt? Nö, hab ich nicht gesehen. Ja, klar, damit sie sich dahinter verstecken können. Die Base auf dem Wasser ist gar nichts, das ist nur eine Holzgerippe. Ja, doch, dahinten steht nenne. Ich sehe. Wo? Ufer oder auf dem Wasser? Auf dem Wasser, zweite Etage, weiter hinten in so einer... Da ist es leicht. Ich kann mal hallo sagen. Meine Singstimme rausholen. Soll ich mich zurückbleiben? Ja. Soll ich bleiben? Ja. Rechte Flügel, Leute. Rechte Flügel, rechts von dir. Und der rennt hinten raus. Der rennt hinten aus dem Wasser raus. Ich sehe die Leute wegrennen. Ja, und rechte Hand, also östlich von dir sind auch welche. Oh, der schießt da auf was. Oh, guck mal. Komm, dann gehen wir abstauben. Na ja, der rennt hinten aus. Hatte ich gar nicht gesehen. Der war gar nicht... Oh Gott. U-Boot. U-Boot-Jack. Und rechte, aber im Osten waren ja auch noch... Lauf links rum im Felsen. Ja. Der läuft hier. Gut. Komm über den Felsen rüber. Läuft Richtung Fluss. Jetzt hat er oben. Schießt du? Ja, ich schieße gehen. Ich bin da ja. Ich hab mir trocken. Noch mal getroffen. Nachladen. Schießt hart. Hinter uns kommt einer. Hinter uns läuft einer. Hab ihn getroffen. Den hinter uns oder wen? Ja. Das ist mit dem anderen Typen? Der ist abgehauen. Der zigzagt hier. Ja, 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 das ist es. Make sure... Take as long as you want me. Das ist ein... Keine Ahnung, ein Koreaner oder sowas. Okay, kommen wir wieder zurück zu dir. Scherz, alles an Munition leer. Ich hab noch 24 Schuss. Alles gut. Ja, kommen wir wieder zurück. Ja. Hinter dir da auch. Das ist ein anderer. Was? Was war das denn? Habt ihr recht? Nice, dude. Lebst du noch? Wie kann ich dir helfen? Nee, nee, nee. Alles gut. Mann, 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 Mann. Ich warte hier, oder? Ah, der schießt wieder auf mich. In die Sicherheit. Also, die war rechtlich für mich, ey. Scheiße, hab mich erwischt im Wasser. Ich treff nicht so gut, muss ich sagen. Ach, von hinten hab ich einen erwischt. Loreen ist neben mir. Ja, da sind ein paar viele Leute gewesen. Ich liege im Wasser. Mit Loreen. Unter Wasser. Macht ihr Baden auf? Nee, ich liege jetzt hier im Wasser. Das ist eigentlich ganz schön. Hi, Loreen. Loreen, ist das deine Hand? Und, Loreen, bitte. Ich liege noch im Wasser, gell? Ach, du lebst noch? Mhm. Das wolltest du mir damit sagen, verstehe. Verstehe ich. Probier. Ich überhole mich sogar so langsam. Ich liege einfach nur im Wasser. Ja, genau, unter Wasser im Fluss. Also, sag mal, auf der Höhe, wo du auch gestorben bist. Das ist übrigens die Hütte, die nebendran ist, die wie so ein L ist. Da ist der herausgekommen. Ja, weiß ich, klar. Wir müssen Pfeil und Bogen schießen. Jetzt bin ich tot. Wir müssen Pfeil und Bogen schießen üben. Killed by James. Heißen die alle James oder ist das dieser Streamer-Mode? Ich glaube, der hat was mit Streamer-Mode. Dass auch die anderen anderen heißen, gell? Mhm. Gut. Na gut, wir hatten wir jetzt ein bisschen Action, ne? Ihr hattet mal ein bisschen der Baller. Ja, mehr wollte ich ja nicht. Ein bisschen Treffen reicht mir schon. Läufst du da hinten rum? Nee, ich bin hier an so Kisten. Springer? Äh, gerade schwierig. Springer? Ja, alles klar bist du. Also nächstes Mal mag ich mir auf jeden Fall eine bessere Waffe, wenn du das Ding damit kriegst. Nee, ich auch nicht. Also ich habe ein paar Mal getroffen, aber nicht so, dass ich... Also ich habe es einmal knacken gehört. Ja. Aber der muss noch ein bisschen hinterher wackeln und dann hast du da eigentlich gar keine Sorgen. Man müsste halt vor dem Bogen mal richtig üben. Ja. Weil, ähm, bis jetzt haben die uns da ganz schön Sorgen gemacht. Und wenn du dann 24 Schuss an so einem Sixsäcker da verballerst... Ja, das stimmt. Nicht unwahr. Hunting Bow. Sehr schön, das brauche ich nur ein paar Pfeile. Wie geht es hier trotzdem noch beschossen? Ich bin da runtergegangen? Äh, ja, ähm... Und hab mich dann umgedreht, als er dann hochkam, der uns glaube ich gerade da... Ich gucke jetzt mal, ob ich hier meinen Körper finde im Wasser. Hm, da ist noch einer. Also da läuft noch einer rum, pass auf. Hm. Wo war denn das? War das höher als die... Gute Frage, ne? Ja, ja. Aber die Leichens spawnen wahrscheinlich auch, ne? Ja, oder sie zerhacken die. Kann auch sein. Glaube ich nicht. Irgend im Wasser? Könnte so ja sein, dass sie dich noch liegen lassen haben, ne? Ja, das sag ich ja. Weil ich war ja die ganze Zeit, hab ich ja da drin gelegen. Hm, ich meine, ich bin zu... Da, da liege ich doch. Hab's ja. Ja, hier liegen sie beide. Die Waffe könnte irgendwie im Umkreis liegen, ja? Ja, das war mein Stuff. Du meinst hier am Boden irgendwo? Ja. Hm. Bär. Nur ein Bär. Kein Problem. Hm. Ja, ich. Hm. Ja, das bin ich nicht. Das ist eine Frau gewesen, die hier liegt. Dann war ich das hier. Die können ja eigentlich fliegen, unter Wasser fliegen, frage ich mich. Kennst du nicht, die Eintagswasserfliege? Die Eintags... Genau. Das ist, äh, nordamerikanische Art. Naja, aber es sind keine Pfeile drin und nix. Also die Waffe scheint... Also die Spawned wird die auf jeden Fall nicht sein. Läufst du hier? Nee. Bring mal. Ja. Okay, bist du nicht. Also ich kann's gar nicht sein. Ich bin echt in eine andere Richtung unterwegs. Äh, wie kann man denn... Kann man sich hinlegen in Rust? Steuerung? Äh, nope. Nein. Na, dann bringe ich zumindest mal den Stuff wieder zurück. Ja, ich hab auch noch mal schön, was eingesammelt gerade. Oh, hier werden Schüsse ein. Oha. Aber ich glaub, das sind Querschläger von vorne. Ich glaub nicht, dass sie uns gemeint haben. Dich und wen? Wir beide. Ein. Hier alle. Meine aktuelle Lieblingsantwort auf, egal welche Frage, wäre 27. Nicht mehr 42? Nee, nie. Eigentlich immer 27, bis mir jemand erzählen würde, dass 42 die Frage auf alle Fragen ist. Gott, ich bin grad erschreckt. Diese komische Eintagsfoundation, die da stand, ist grad die Kate. Oh Gott, da ist ein Hund drin. Wo? Da. Siehst du? Hier? Warte. Oh Gott, hab ich ein Glück. Mann, Flatt. Ihn durch. Erstmal in uns. Screenshot. Nein. Siehst du ja durch. Siehst du ja. Auch hier sind wieder diese super Fliegen, ne? Das sind die Eintagswandfliegen, kann man die nicht. Okay. Oder Mauerfliegen auch in Hand. Die gemeine Mauerfliege. Ja. Steinbeißerfliege. So, könnt ihr ein Crossbow. Könnte eine schöne Axt für dich. Geht also ab jetzt. Ab sofort. Jetzt wieder los. So, ich hab ein bisschen Stuff reingelegt. Mauerfliege. Wenn ich uns nicht so ein Stopp-Schild-Dings machen hier. Bauerling. Warum geht denn das nicht? Moment, ist auch gekocht. Guckt ihr. Puh. Also. Puh. Puh. Wofür braucht man denn Stopp-Schilds? Schilze. Ja, um Stopp zu sagen. Stopp. Ja, ich find... Oder ist das hier? Schild, Verkehrsschilder. Ja, ach so, hier. Noch mal 20 Leder. Läuft jemand draus rum. Keine Angst. Dudel? Hm. 20 Leder. Hm, ist aber wieder weg. Brauchen wir. Oder hat angehalten. Rente hoch sein. Doch, rennt noch. Ich hör'n. Ich schmeiß mal was hin. Hm. Wie ist das? Parking? Behindert ein Park-Schild an der Seite. So, auf. Ich sperre dich mal ein. Geh mal raus. Okay. So hart. So. Brauch den Nervenkitzel. Wer wisst denn alle, Leute? Ohne kann er nicht mehr leben. Nee. Nö. Ah, hier hat er aber das Auto gelootet hier unten. Heute noch eine AK oder nicht? Da, schau mal. Wohl nicht. Ja. Und so hab ich jetzt eigentlich Ländenschutz angezogen, unbewaffnet. Dass du unbewaffnet bist, dafür kein Kronisch. Das ist nicht mein Plan gewesen. Aber ich hab'n Hoodie an, einen schwarzen. Nächstens wat. Und ein, äh, wie'si Blech vorm Schritt. Dann berrt's halt nicht so. Nö, wie so'n Querschläger. Weißt du, bevor er in die Hoden geht, dann lieber in das Schild. Weiß ich. Äh, du müsstest ja wenigstens noch mal... Gut, dann komm mal so raus. Hilf nischt. Aber du kriegst hier wirklich genügend zu futtern, gell? Auf diesem... Also bei diesem eingestellten Gut. Ja. Ja, man sollte auf jeden Fall, äh, eigentlich nicht schaffen... Zu verhungern. Zu verhungern, ja. Ja gut, wir sterben meistens dann vorher. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Und wenn man da hinten einen Stein gesehen hat, sind wir sicher. Ein Pferd oder ein Hund, du bist ein Pferd. Nur noch ein bisschen Quality Metal, dann könnte man noch mal ein bisschen Waffen bauen. Und für zwei Minuten sich da dran erfreuen. Für kurze Zeit, ja. Wenigstens ein bisschen erfreuen. Was wollen wir jetzt bauen? Oh, shit, Hund. Ich hüte. Okay, hab ihn getötet. Hoffentlich kann ich mir jetzt eine Bandage machen. Wie hast du ihn getötet? Mit der Axt, einfach. Echt jetzt? Mann, Mann, Mann. Den Hund, gell? Also ich hab'n Hund. Ja. Ich lüte zwar jetzt aus. Warte mal, ich kann mir doch schnell ne Palme schlagen. Dann kannst du doch den Hund looten. Hab ich. Da gibt's keine... Da gibt's da Stoff. Oder gibt's da Leder. Ne, Leder. Da tut mir leid. Äh, ich blute. Sieben. Was ist das? Die Stärkung der... Die Stärkung. Die Stärke der Blutung. Shit. Da unten sind Palme. Äh, Palme. Ich bin ja völlig am Arsch. 22 hab ich noch. Du schaffst das mit mir jetzt. Ich bin voll bei dir. Ja, ich will doch nicht in die... Geistig. Ich seh' kein Glück. Wie viel Stoff brauchen wir denn? Äh, nicht viel. 10. 20. Sag mal 20. Ja, hab ich. Ja, hab ich. 5 wahrscheinlich nur. Naja. Minias gegen das Raubtier. Zumindest steht's in diesem Fall 1 zu 0. Dich. Minias, ja. Ja, auch wenn ich ein bisschen... Meine Sicht noch ein bisschen gedrückt ist. Und nicht für den Dackel. Ja. Kann da immerhin sein. Neuig. Shit, ich bin satt. Ich kann nix essen, um mich hochzuhallen. Kannst trinken. Ah, fuck. Trinken geht auch, ja? Ja. Ah, ja. Perfekt. Das ist ja wie im wahren Leben. Wenn man mal eine Wunde behandelt, einfach mal ein Fläschchen Wasser händer. Ja. Weißt du eigentlich, dass man in Rust keine Unterwäsche hat? Fällt mir grad so auf. Ja, das ist... Ich hab mir grad ein Stimmchen eingeklemmt. Am Reißverschluss. Wie über verrückt nach Mary. Alarm. Wir haben ja ein Bluter. Außenverteidig, die Tür hat übrigens jemand eine Kiste hingestellt, oder? Du weißt das. Weike, ja. Ja, ich würd sagen... Das ist die Trap-Kiste. In diesem Sinne... Würdest du schon sagen. Ja, ist halt soweit. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Rust wieder. Ja, ein bisschen Action kommt man zeigen in ein paar Folgen, die wir jetzt aufgenommen haben. Fünf Folgen dieser Aufnahme-Session. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Rust wieder. Bist da gut. 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 Tschüss. Nächte. Bis dahin. Tschüss. Auf die Uhr. Rust. 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 Tschüss. 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 Mutta ist da gut. S haben. Vielen Dank.